So, das heißt, wir brauchen Redstone, Milz, Charged Zertusquartz, Neterquartz oder Pyroquartz? Okay, ähm, Moment. Moment. Ich habe eine Stahl-Axt. Was willst du denn bauen? So einen kleinen Controller. Ach so, ja, da brauchst du, kannst du nochmal Zertusquartz nehmen. Ja, kann ich ja mittlerweile abbauen. Vorher ging es ja noch nicht. Nee. Ich bin oben auch erstmal mit der ersten Etage, glaube ich. So, eins, zwei, drei. So, brauche ich jetzt drei oder brauche ich... Ah, ich brauche drei. Das heißt, ich brauche das zweimal. Das heißt, sechs Stück. Wow, ich habe mal vorher nachgeguckt, bevor ich was, äh, äh, schon mal zum Tisch gerannt bin. Und habe somit die richtige Menge mitgenommen. Ich brauche noch einen Fußboden. Ich brauche noch einen Fußboden. Boah, Schneider? Ja, schlag ich nicht. Was rennen die alle so nach? Bitte? Schau mal. Du rennst rein, danach rennt das rein. Hallo. Das ist Frau Huhn. Unser Haushuhn. Schieb die doch mal zu unserer Hauskuh. Das ist das Evil Chicken. Wo ist denn die Hauskuh? In dem Loch da. Ach, da schiebe ich den doch jetzt nicht hin. Das kann hierbleiben. Aber jetzt... Geil, ist aber schon ein Hühnchen drin. Ähm, Moment. Ist sicher in Arbeit. So, jetzt brauche ich... Watt. Äh, drei Cleanstones. Okay. Das ist kein Problem. Schreibt hier das Hühnchen die auch? Wo ist es denn? Wo ist das Hühnchen denn? Hühnchen? Hühnchen! Das Hühnchen ist weg. Ich glaube, das backt hier oben rum. Ich habe hier gerade Hühnchen gesehen. Ähm. Jetzt ist das Hühnchen weg. Es ist auch nicht mehr auf der Minimap. Dann ist das Hühnchen gerade gestorben. Oah. Dann hat das Hühnchen halt Pech gehabt. So. Du willst halt nicht bei uns bleiben. Das ist freiwillig in den Ofen gesprungen. Das hätten Spielkameraden bekommen. Haben wir noch irgendeinen Draw irgendwo rum Eiern? Nö. Keine Ahnung. So, das heißt, ich brauche eine Kiste. Das heißt, ich brauche eine Säge. Tuch? Ja, klar. So, eine Kiste. So. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen beeilen, weil wir haben gerade ein Loch im Dach. Äh. Ich glaube, wir nehmen den. Okay. So, dann haben wir ein Goldinget, was wir noch brauchen. Äh, hat nicht gereicht. So. Wir haben noch Säge da drüben. Ähm. Die sind doch immer noch verrückt nach Säge, oder? Machst du? Machst du ein Säge? Machst du ein Säge? Nee. Machst du nicht. Aber, du magst jetzt stehen bleiben, und somit kann ich dich in das Loch schubsen. He, 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 he. Ja, gack, gack, gack. So, das heißt, jetzt, äh, Weed, zwei Weed, zwei Seeds. Und erst mal die Steine aus euren Zimmern sammeln, hier. Freund? Machst du dich nicht freuen? Früher haben die, früher haben die mal Säge zu fressen. Sie sind zumindest hinterhergelaufen, wenn man sie damit locken wollte, ja? Hat geklappt. Nein, Kuh, du bleibst da drin. Nein, Hilfe! Die rennen alle weg. Äh, was machst denn du? Ich bin da reingegangen, weil sonst haben die keine gegessen. Kuh fällt da rein, und Zombie, du gehst. Aua! Ja, okay. Bin mal tot. Nix, Zombie. Die Kuh ist jetzt auch gerade abgehauen. So, dann mach den mal weg. Ich sehe gleich zwei Leute sterben. Der ist auf dem Pferdchen, sitzt der. Richtig. Oh, wieso lackt das jetzt schon wieder blöd? Das ist immer das, wenn Leute nicht schlafen wollen, weil sie denken, wir sind schon die geilsten ever der Welt. Wer sagt, dass wir nicht schlafen wollten? Würdest du nur was sagen brauchen? Komm nicht ran. Ich kann mir Steinen nach ihm schmeißen. Er ist leider zu weit weg. Ich kann Rosschneider nicht unterstützen. Wenn ich jetzt da hinlaufe, dreht der um, drehst mir eine. Sehr gut. Hey, das waren meine Punkte. Jetzt nicht mehr. Ich muss dich hier befreien wie so eine kleine Prinzessin, weißt du? Ja, Entschuldigung, auf einmal steht ein Falling Knight neben mir mit seinem Horst. Super. Geht jetzt noch einer schlafen? Nee. Hundis, haut ihn, beißt ihn. Der scheiß nächste Ritter steht neben mir. Ach, ich komm dich rett. Wieso, das machen doch schon meine Hunde. Meine Hunde beißen den geraden Arsch. Tschüss. Danke, Biffi. Der andere hat seinen Arsch nicht hochgekriegt. Hallo? Spinnst du? Ja, brav ist Wolfi. Der hat ein halbes Herz verloren und hat ihn platt gemacht. Finde ich cool. Also, ihr habt ja gerade beschlossen, wir gehen nicht schlafen. Ähm, ja, ich versuche gerade unsere Viecher wieder zu retten. Hallo? Ach ja, die fangen wir nachher wieder. Die laufen nur hier rum. Das Kleine? Das ist jetzt nur noch das Kleine. Ja, unser Babyhuhn ist noch drin. Die Eltern sind ausgebüxt. Super. Total. Och. Au. Womit denn jetzt schon wieder? Schau mal, da hinten. Da hinten gibt es was zum Knabbern. Au. Also, deine Zuschauer haben bestimmt Spaß. Ja, meine Hunde sind noch viel, viel lustiger. Springen auf, hocken sich hin. Springen auf, hocken sich hin. Na, gefällt dir der Pott? Ja, schön. Schau so, fass dich rein. Vor allem hast du gerade voll den Pfeil in der Nase. Du machst gerade voll die Pinocchio-Nase. Okay. Bei mir steckt er, ähm, bei mir haben sie ihn ins Nacken reingesteckt. Ich habe jetzt keinen Hals mehr, sondern mein Kopf wird jetzt an einem Pfeil festgehalten. So, ich habe jetzt noch zweieinhalb Herzen und bin kurz vorm Verhungern. Haben wir was zum Essen da? Hier liegen ja Steine rum. Was ist denn hier schon wieder los? Och, was zum Essen. Oh, Steine im Bett. Wie soll ich denn da schlafen? Sag mal. Das sind Massagesteine. Ach so. Ähm, ähm, ähm. Äh, oh, Salomon. Die sind quasi für die Fango-Massage. Haben wir irgendwo Kohle? Nö. Ich wollte eigentlich den Leuten mit dem Protus was zusammen zeigen, aber nein, danach kriege ich erst mal ein paar Nackenschüsse. Ist klar. Winkt man mit dem Zaunpfad oder so. Genau. Dass Protus rechtzeitig abhauen kann. Ja. Ach so. Du hast im Bett gelegen. Ja, ja. Ach so, ja, ja. Ja, okay, wobei, jetzt brauchen wir auch nicht mehr. Ja, ich, ach, können wir uns mal entscheiden. Ich hab Hunger. Dann isst doch mal was. Ja, hab ich ja grad was gebraten. Bleib mal da, nicht weglaufen. Ja. Du willst mir doch bestimmt wehtun. Nein. Ja, ich hau dich jetzt mit dem Controller. Komm her. Wo, wie, was, wieso, weshalb, warum. Wo muss der angeschlossen werden und wie kann ich das mit deinen Kisten weiter? So, erklär, erklär mal. Der Controller muss halt hier mit diesem System hier verbunden sein. Wo möchtest du den denn haben? Hier an den ersten System oder wo? Oder soll ich's erstmal nur generell erklären? Ja, da halt, äh, da drunter, Moment, ich muss erstmal eine Pecke machen. So. Ich hab ja wieder alles verloren. Genau, den klemmen wir jetzt da drunter. Der ist also jetzt mit diesen sämtlichen Draws miteinander connected. Okay. Jetzt kannst du dort eine Pipe dran machen. Von Türmel. Machen wir sowas. Ja, müssten wir noch haben. Eine alten Pipe. Vier Stück haben wir noch. Ja. Dann setzen wir hier zwei dran. Oh. Und jetzt setzt du hier außen eine Kiste meinetwegen drauf. Warte mal, warte mal, ich bin gerade... So, Obsidian haben wir drin, Eisen haben wir drin, Aluminium haben wir drin und, äh, Aluminium haben wir drin. Sehr schön. Ähm, 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 muss schnell abgießen. So. Halt das drin lassen. Ich weiß, ich bin verwirrt, aber ist leider so. Und die Kiste in der Tasche, oder sag mal? Sonst brauche ich eben eine. Äh, nee, ich wollte die ja gleich mit unserem System verbinden, darum habe ich schnell abgedatet. Achso, du wolltest die da... Achso, dass das da weggezogen wird. Ja, okay. Wobei... Ähm, dann würde ich es aber... Würde aber von der Kiste rausgehen. Ich würde nicht von der Leitung rausgehen. Weil die Draws agieren ja nur mit den Drawfeldern und nicht mit der Kiste zum Beispiel. Okay, äh... Du kannst jetzt nicht eine Kiste anschließen, in das Drawfelder einsägen und in die Kiste was reintun. Das geht nicht. Ja, das Problem ist nur, dass aus der Kiste rauskriegen mit dem Server wird schwer. Mit welcher Server? Dauert, aber es geht. So, das heißt, wir müssen das dann so machen. Genau, genau. Und dann machst du hier ein Servo drin, das aus der Kiste rausgesaugt wird. Und alles, was in den Drawern schon mal dann irgendwie liegt, oder wenn Leere drin sind, dann packt der aus der Kiste die Sachen automatisch raus und packt sie in die Draws. Bis jetzt? Äh, nö. Hm. Hast du denn noch Eisen drin? Eisen-Inget ist noch drin. Und hier Eisen-Inget ist aber voll mit 250. Ist das voll? Ich glaube... Nee, 256 müsste es wenn dann sein. Guck mal, ob du ein normales Eisen da noch reingeschmissen kriegst. Nimm nur eins. Ja, ja. Ja, hab ich reingeschmissen. Eins geht noch rein, okay. Servo ist North. Vorführeffekt. Da müsste jetzt die Items rein theoretisch rausziehen. Kann natürlich sein, dass das Stahl vorne liegt. Ich lege mal das Eisen vorne hin. Aber der Eisen-Draw ist ja connected. Den Controller. Wollte rein theoretisch funktionieren. So habt ihr es doch auch gebaut. Also wie gesagt, ich habe das nicht gebaut. Ich weiß nur, ich habe nicht mehr gehört, dass ich gesagt habe, das müsste gehen. Jo. Und es geht auch. Jo. Habt ihr es auch an der Kiste vorne angeschlossen? Oder, ähm... Ich glaube es an der Kiste unten. Ich kann mal gucken. Ich muss mir eh was zu essen holen hier. Hallo Mini-Enderman. Ach, du hast den Controller Slave gebaut. Mit dem geht es natürlich nicht. Willst du? Was ist denn da der Unterschied? Ja, der Slave ist ein weiterer Zirkpunkt. Der Controller selber muss schon vorhanden sein. Der Slave ist quasi nur eine weitere Anstrumpfsmöglichkeit. Wenn du um die Ecke baust. Ach so. Ja, nicht unbedingt. Nein. Wenn du eine zweite Pipe anschließen willst. Oder wenn du da dann das ME-System anschließen willst, weil du die Pipe an dem Controller dran hast. Ach, ich habe den falschen gebaut. Oh toll. Ich bin ja der Held. Wie immer. Also den Drawer-Controller. Das heißt, ich muss... Ich habe doch... Ja. Aha. Okay. Jetzt weiß ich, was der Unterschied war. Weil für die um die Ecken bauen brauchst du nicht den Slave, sondern den Slave kannst du benutzen, um zum Beispiel eine zweite Leitung anzuschließen oder da dann das ME-System anzuschließen oder... Keine Ahnung, weiß ich nicht um die Ecken bauen, nimmt man einfach die, warte mal, da muss ich gucken, wie die heißen. Da gibt es nämlich diese, äh... diese Scratchit-Glöcke. Kann mir mal bitte jemand eine Struktural-Duct bauen? Eine Struktural-Duct? Ja, beziehungsweise... Ich muss mal eben kurz was zu essen machen, sonst verhungere ich himmelig. Das war, glaube ich, äh... zwei Eisen-Ingots, ne? Also mir hat die Opfer ist nie. Hey, Dragon, wenn es sich freut, mein Inventar ist richtig voll. Okay, schön. Ähm, ich überlege gerade, was ich... Und eigentlich war das... Compacting Drawer? Drawer-Controller, ah, den da muss ich bauen. Und den Compacting Drawer brauchen wir auch, ne? Denn, ähm, das heißt, Rohrschneider darf dann gleich, wenn er gegessen hat, mal zwei Pistons bauen. Beziehungsweise... Du brauchst nur den Drawer-Controller. Naja, aber den Compacting Drawer brauchen wir auch. Den wollen wir auch gleich mitzeigen. Pistons bauen. Okay. Bye. So. Dankeschön. So, was haben wir... Hässlichen habe ich in die oberen Küste getan. Was haben wir denn hier für einen Boden hauptsächlich drin? Nämlich, nämlich Clean Stone. Schaut besser aus. Vor allem können wir, wie wir der mal brauchen. So. Einfach hin. Hey, wir können bald umziehen. Ja. So, erst mal, erst mal, erst mal das drauf gemacht, dass es hier nicht so hässlich ausguckt. Ich würde ja was bauen, aber wo ist denn die Säge? Meine Tasche. Da, wo auch das Holz ist. Da, ich schätze mal, das brauchst du. Neben dir, rechts. Nee, ich habe eigentlich, aber ich kann es trotzdem mal versuchen einzusammeln und, äh, nö. Hast du noch keinen Birchwood einstecken? Das finde ich total schwach von dir. Ja. Achso, jetzt hast du schon wieder. Ah, gut. Äh, ich habe noch ein Redstone hier. Ja, hinten. Hier noch ein Redstone und zwei Eisen. Kann ich mir nicht rausnehmen, weil ich bin mal wieder, äh, leer. Richtig. Gott sei Dank habe ich, äh, aus Versehen zu viele. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich die... Oder, nee, die sind da drin. Sehr gut. Wo willst du denn die Pistons hinhaben? Ähm, ich muss gerade gucken. Ich glaube, ich habe das gerade falsch gebaut. Ähm, Rezept wird er drei Sekunden nicht merken können. Da ist auch der Redstone Comparator. Okay, danke. Ich glaube, ich war schon wieder zu weit. Ja, du hast oben noch Clean Stone hingepackt, oder Stone. Hat jemand noch eine Kiste einstecken? Gerade nicht, nee. Oder Oakwood. Na, ich habe schon eine gebaut. Oakwood. Nur Oakwood? Ja, ja. Drüber drei. Unten ein. Ich glaube, neben uns rennt gerade ein Enderman rum. Ja, mir hat sich auch gerade was vorbeizeleportiert. Ja, aber das war, glaube ich, der Kleine hier. Nee, der teleportiert sich doch nicht. Nee? Nee. Doch, klar. Nichts? Ja. So, ich habe schon wieder das falsche Rezept im Kopf gehabt, beziehungsweise ich war schon zu weit. So. Äh. Das ist auch interessant, dir einfach mal zuzugucken im Table, wie verwirrt du die Rezepte rein und rausnimmst. Richtig. So, Draw Controller. Das heißt, ich nehme jetzt den Draw Controller. Der kommt da dran. Und wir gucken, und das Eisen wird, ich will, ja, es wird weniger. Und ihr seht, hier wird es mehr. 246. Ja, und die Leitung sind halt die schnellsten. Ja, die Leitung ist halt das Arsch langsam, aber ist schon mal wichtig. Äh, das Lustige ist aber gerade, dass wir das Eisen, was jetzt wir da drin haben, jetzt gleich wegmachen. Ähm, das heißt, diese Kiste hier unten muss weg. Äh, jetzt brauche ich gleich Protos mit leerem Inventar. Hahaha, okay, ähm, welche Wundvorstellungen er so hat. Ja. Ja, ich mache es ja schon mit meinem Rucksack. Ich bin ja wenigstens welche, die Rucksäcke benutzen. So. Es ist zwar auch ein wenig klatter Radatsch dabei, aber, naja, mein Rucksack frisst ja alles. So, die Platte lasse ich mal da. So, dann hau mal bitte das hin, was du da gemacht hast. Oder auch, achso, das hast du ja noch nicht gemacht, das hast du nur vorbereitet. Ich hab nur zwei Pistons gebaut, ich wusste nicht, was du noch bauen brauchst. Äh, wir brauchen noch einen Drawer. Also egal welchen. Ja, wann haben wir noch einen? Ich hab mal gesagt, baut mal, äh, noch einen... ...Vierer? Ein Vierer? Ja, die sind Vierer-Drawer. Da kommen ja vier, äh, kommen wir gleich dann vier Stück raus. Da können wir schon mal ein wenig Eisen zusammenziehen. Also, oder die Erze zusammenziehen, dass wir da mal ein wenig Platz kriegen. Die Kiste hier muss nämlich auch weg. Weil ich möchte mal irgendwann wieder zum, äh... Super. Ich kann alles aufheben, nur nicht die Kiste. Ich kann alles aufheben, nur nicht die Kiste. Vielen Dank.